Es gibt nicht so viele Lieder über erneuerbare Energien, es gibt nicht so viele Lieder über Makro, Ökonomie, es gibt nicht so viele Lieder über Wissenschaftsphilosophie, es gibt nicht so viele Lieder über Verwaltung und Bürokratie und wisst ihr auch warum? Und wisst ihr auch warum? Ihr seid alle dumm, ihr seid alle dumm, Entschuldigung! Es gibt nicht so viele Lieder über Nahrungsmittelproduktion, es gibt nicht so viele Lieder über die Europäische Union, es gibt nicht so viele Lieder über den Zusammenhang von Reform und Revolution, es gibt nicht so viele Lieder. Über die trinknotwendige Gesundheitsreformen und wisst ihr auch warum? Und wisst ihr auch warum? Ihr seid ein scheiß Publikum! Hey! Ihr seid ein scheiß Publikum! Oh, Entschuldigung! Die aufgeklärte Industriegesellschaft, yeah! Da sind zwei schon richtig überzeugt davon. Super! Die aufgeklärte Industriegesellschaft, die ihr alle verkörpert, sie hat keine Werte mehr, die uns die Ahnen lehrten. Und wisst ihr auch warum? Ihr seid nicht nur verdummt! Eure Meinung ist nur ein Durchschnittswert für das, was Fernsehen und Internet wirkt. Es gibt nicht so viele Lieder über Fotovoltaik und Windkraftanlagen, es gibt nicht so viele Lieder über Bankenmacht und Aktienraten, es gibt nicht so viele Lieder. Über Kantenschopenhauer und Wittgenstein, es gibt nicht so viele Lieder über die Frage nach dem Sinn von Zeit. Und wisst ihr auch wieso? Ihr denkt, jetzt kommt schon wieder der Refrag und ich sag, ah ah. Ihr denkt, jetzt kommt schon wieder der Refrag und ich sag, ah ah. Denn jetzt ist nämlich auf und es geht jetzt ab in die Pause. Bis dann, ja! Also, ganz gut, Pause! Applaus Vielen Dank.